Sir, Sie sollten wissen, dass diese Wucherungen an Ihren Unterarmen gigantische Tumore sind. Ja, es überrascht mich, dass Ihnen noch nicht aufgefallen ist, dass ein Mensch nicht so aussehen sollte. Und Ihr Gestammel und die Sache mit Ihrem Auge deuten auf einen Schlaganfall vor etwa sieben Jahren hin. Dass Sie überhaupt noch unter den Lebenden weilen, ist ein großes Wunder, wenn Sie mich fragen. Höchstens zwei Monate.